Was ist deine ekeligste Angewohnheit? Was ist meine ekeligste Angewohnheit? Ich glaube, mein Streamingzimmer ist schon ziemlich wild gerade. Das Ding ist, ich wollte heute 9.30 Uhr aufstehen, damit ich noch mal eine halbe Stunde vorher kurz durchgehen kann. Und jetzt sieht es so aus. Danke für den Dodo. Erschränkt euch nicht, es ist wirklich helle Disgusting. Auf dem Level war ich lange nicht mehr. Also es fängt an hier mit. Noch ganz locker. Dann hier wird es ein bisschen more wild, alter. Dann der hier ist auch wild. Und dann haben wir noch den hier. Bro. Also das ist wirklich ein Level an Wild, was ich lange nicht erreicht habe. Das ist wirklich... Das ist ein wild one. Die Taschentücher sind da, weil ich krank war. Das sind 3 Streams. Das sind 3 Streams. Es sieht ekliger aus, als es edgy ist. Aber es ist trotzdem helle eklig, okay? Und dann die Taschentücher sind da. Barschentücher wird da. Barschentücher kommt gar in große.